Hallo meine Freunde und willkommen zu einem kleinen Infovideo. Und zwar habe ich das alte Intro, was wir haben, ein bisschen abgeändert. Ich zeige nochmal ganz kurz an dieser Stelle das alte Intro. Einen Moment. Und jetzt zum Vergleich das neue Intro. Ich dachte mir, ich packe einfach mal ein bisschen Musik rein, lasse das Ganze noch ein bisschen mehr wölben. Sagt mir doch mal in den Kommentaren, was ihr davon haltet, welches ihr besser findet, ob wir das alte beibehalten sollen, das neue verwenden. Ich würde mich über eine Meinung freuen. Lasst doch eine Bewertung da und man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao!